Guten Morgen, wir fliegen heute nach Kanada, weder mal wie letztes Jahr. Ich bin verpeilt, ich bin müde. Das wird ein sehr lustiger Flug, wahrscheinlich irgendetwas, keine Ahnung. und ich bin müde. So, 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 wie wartet ihr jetzt zum Beispiel, es ist so gut zu sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.